Auch von mir erstmal nochmal ein gutes neues Jahr. Herr Eberl, haben Sie denn schon was gehört von der DFL oder vom Gegner, dass es da Tendenzen gibt, eine Verlegung des Spiels zu beantragen oder haben Sie da noch nichts derartiges gehört? Klar habe ich von der Liga was gehört, klar habe ich mit Braco auch telefoniert, das ist ja selbstverständlich. Und ja, es ist so, dass Bayern gerne absetzen würde, aber das, wie gesagt, entscheidet die Liga, entscheiden nicht wir. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass das, was Ali gesagt hat, es soll auch nicht unsere Thematik sein. Unsere Thematik ist, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und davon auszugehen, dass am Freitag gespielt wird. Bis zum nächsten Mal.